Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Chris Jenner und Cory schicken Travis blumige Genesungsgröße. Travis Barker, 46, ist gerührt. Vergangene Woche wurde der Musiker überraschend ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er über starke Übelkeit sowie Bauchschmerzen geklagt hatte. Vor Ort stellten die Ärzte dann fest, der Schlagzeuger leidet unter einer entzündeten Bauchspeicheldröse. Nun scheint Travis wieder aus der Klinik entlassen worden zu sein und dürfte sich zu Hause über einen Genesungsgruß seiner Schwiegermutter Chris Jenner, 66, freuen. In seiner Instagram-Story teilte der 46-Jährige einen Schnappschuss, auf welchem ein großer Blumenstrauß zu sehen ist. Lieber Travis, werde schnell wieder gesund. Wir lieben dich, war auf der dazugehörigen Karte zu lesen, die in dem Buquet aus orangefarbenen Dahlien und Rosen steckte. Unterzeichnet war sie mit den Namen seiner Schwiegermutter Chris sowie ihrem Partner Cory Gamble, 41. Vielen Dank, schrieb Travis in seiner Story zu den blumigen Grüßen.